Boah, das ist schon mega heiß! Oh, ich bin hier! Joke, ich bin hier rum! Objektiv, aber auch nicht zu klein! Joke! Es geht jetzt ab! Joke! Ey, ey, wir sind, ey, schnell mal vorm Kennen! Ich bin hier mit einem kleinen Spitz. Aber es geht aber auch nicht zu klein! Es ist so ein Spitz! Ich bin hier schon! Spitz auf den Sportplatz! Ich bin mega heiß! Joke, wir sind hier rumfliegen! Was passiert? J.U.G.E! Kevin fliegt da runter! Ich kann Epic Mitarbeiter werden! Der hat Epic schnell einen Schein. Just predicted, dass Kevin hier hinfliegt. Der wird jetzt Season 80 hier bleiben. Ich muss sagen, euch. Kommt jetzt Naruto auf. Kommt jetzt Leute. 50er Weltkrieg da. Junge. Wenn es 5. 6. Weltkrieg geben, dann wird es so leiner hier. Junge, was passiert hier? Ist er jetzt tot oder was? Junge! Das ist heftig! Holy moly holy moly. Sieg's los? Fortsetzung voll. Ja, jetzt erstmal eine 8-stündige downtime. In Season 8. Haha. Bitte mich verarscht. In 2 Stunden. 2 Stunden. Aber ist nicht schlimm. 10 Uhr morgens. 11 Uhr morgens sind die Server wieder online, Leute. Spätestens um 12 denke ich. Ja, perfekt. Aber ich kann leider nicht streamen. Wenn ich um 1 Uhr heimkomme, um 2 Uhr abdeckt mache, da hab ich einen Termin, da muss ich weg. Das Video kommt vielleicht so um 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr. Das ist leider ja. Spät, sorry. Leute, das war's mit dem Video. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Ciao, Leute. Ciao.